B-B-Bitte? Was haben sie gerade gesagt? Abgenommen! Alles klar, danke. Der macht richtig gute Beats. Also, was denn Style? Ähm, Hip-Hop. Rap, Hip-Hop. Einfach so. Ja, ich sag jetzt mal so. Oldschool auch? Der hat alles mögliche, auch Oldschool. Warte mal, ich schick dir mal den Link am besten, ne? Ich schick dir mal den Link. Hast du eigentlich das... Was hast du für ein Mikrofon? Ähm, warte. Das Samsung G-Track. Hallo, hörst du mich doppelt? Holst du gerade einen runter? Alter, das ist ein Chemielabor. Holst du einen runter, ey. Gibt's dir auch nicht, ey. Das ist doch... Also, manche Leute, ey, die haben echt... Eine Schraube locker. Nicht nur eine Schraube, die sind aus der Verankerung gerissen worden, ey. Zu langsam, wie das Ding im Ohr zu tragen, hier. Das spreizt mein Ohr ein bisschen ins... Oh, noch ein Pinselkopf wieder. Kommt wieder in die Galerie. Pinselkopf Nummer... 93. Also, müsste das jetzt momentan sein. Also, die Road 200.000 Pinselköpfen geht noch weiter. Was war das denn? Hallo, Jack & Jones Pulli. Ich habe einen Pulli von Southside. Nee, South Pole, nicht Southside. South Pole. Pole. Du bist jetzt ruhig da draußen. Dann wirk dir deinen scheiß Rasen mehr weg. Der garantiert mehr Pärs als mein Golf hat. Hallo, du hast schöne Brusthaare auf jeden Fall. Gefällt mir. Vor allem hier in der Ritze, ja. Durchnehmen bei den Brüsten so eine richtige Anhäufung von Brusthaaren. Man könnte meinen, es wäre eine beharte Arschritze. Was ist hier los? Ich bring dir ein Floß. Und dazu eine Soße. Alter, ein Wikinger. Oh, crazy bitch. Warum? Boah, Alter, irgendwas stimmt mit dir nicht. Der Mund ist voll schief, Alter. Äh, yo. Date. Date? Was? Date? 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 Was soll das heißen? Nein, ich meinte natürlich Daisy. Ach, Daisy. Ja, Digga. Ich liebe Daisy. Jawohl. Ich spiele es jeden Tag. Die Standalone? Ja, ich habe die Standalone, ja. Sehr geil, sehr geil. Warte mal, erinnere mich mal bei Steve. Aber ganz ehrlich, ich finde... Okay, ich habe zwar die Standalone. Aber ich finde ganz ehrlich, ich finde den Mod nach wie vor besser. Aber leider kann ich den Mod mit zocken, weil ich damals gebannt wurde. Ach so? Nein, ich sage dir, der Mod ist so geil, ne? Aber guck mal, der Mod basiert doch auf Armour 2, ne? Und die Standalone, also auf Armour 3. Genau. Hallo, mach mal deine Musik ein bisschen aus, Alter. Hast du deine Wand da selber angesprayt? Sieht ziemlich cool aus, ey. Gefällt mir. Das hat schon mehr Style, muss ich sagen. Habe ich mich bekommen? Habe ich mich bekommen? Ein anderes Körper auf dem Schatten, ein anderes Glück in der Tosse? Nein, keine Sonne. Wow, dicker Pumpe auf jeden Fall. Dicke Puddingarm hat der, ja? Da ist nichts außer Pudding drin, ja? Das ist ja keine Muskelmasse, nee. Pudding. So, was haben wir denn hier? Einen Hobby-DJ, so wie es aussieht. Mit einem riesen Brustdrückenumfang. Red, zieh dich schon mal warm an. Lesen wir einfach mal, oh mein Gott, meine Elgato ist abgeschmiert. Hallo? Warum liegst du um 16 Uhr schon im Bett? Ist doch ein bisschen früh, oder? Nein, das ist nicht. Natürlich. Und die liegt nicht alleine da. Habe ich gar nicht gesehen, oh mein Gott. Wo kam das denn jetzt her? Habe ich echt nicht gesehen. Es kann, du kriegst immer die süßen Jungs, das ist klar. Jessica, der ist ein bisschen zu alt. Jessica, der ist ein bisschen zu alt? Ich bin 20. Er ist alt noch im grünen Bereich. Ich bin noch nicht alt. Ich bin sowieso vergeben, also von daher. Keine Chance. Ich hab's hier, was? Wir treiben sich nur nach Vergeben, nur um alles. Das ist richtig mies. Na, hier siehst du nur Schwänze online, ne? Tschüss. Wo gehst du denn hin? Weg. Ich bin zu eh alleine von meinem Team. Ich gehe weg, ihr wollt ja alleine sein. Jessica, mach mal was zu essen. In unserer Wohnung. Echt, mach mal, bring mir mal ein Sandwich. Das ist mein. Bring mir ein Sandwich, kaputt. Mach mal was zu essen. Jessica. Jessica, du machst mal was zu essen, okay? Ich habe Hunger. Sehe ich so aus? Ja, wo sind eigentlich deine Augenbrauen hin hier? Die sind so... Frag deine Freundin. Wo sind deine Augenbrauen hin? Die sind so voll nicht sichtbar. Hast du die abrasiert? Ja, mobb mich ruhig. Nee, ich frage doch nur. Ich bin ja so 5. Ihr seid niemals 17. Ihr habt euer Alter falsch eingegeben. Ja, ja, ich bin... Ratsch. Siehst du, siehst du? Fragst du gerne COD? Ähm, mittlerweile nicht mehr. Also wenn ich COD zocke, dann noch COD 4 und so, ne? Das gibt mir nicht, du Fogel. Stell dir eine Frage, was gibt's mir nicht mal. Was denn das für ein Benehmen? Pinselkopf Nummer 94. Du bist auch keine 18, deswegen muss ich leider rausschneiden. Tut mir leid, tschüss. Ho, der sich gefreut, dann skippe ich sie einfach als COD. Jetzt liegt sie in der Ecke und holt. Guck mal, ein Hamster. Ich guck demnächst hier, oder... Nee, heute wollte ich schon hier Need for Speed gucken. Need for Speed. Kino. Wat, der ist schon draußen? Ja, guck. Ich glaub schon. Äh, nein. Er zählt doch keine Scheiße, oder? Auf den 20. sollte er rauskommen. Ja, okay. Aber ich glaub, der... Ich gucke eben. Also, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie der ist. Ich kann mir den nicht gut vorstellen, wesentlich nicht. Also, das wird nicht so wie Too Fast and Furious, oder sowas. Oh mein Gott. Was seid ihr denn? Ist das irgendeine neue Serie bei RTL, irgendwie? Ey, bist du... Bist du... Was bin ich? Bist du... Tupac. Versteck ich ein Wort? Ich versteck... Tupac, oder wat? Tupac. Ja, ich bin Tupac. Ich bin Tupac, genau. Fuck life, mein Bruder. Fuck life. B... Bitte? Was haben sie grad gesagt? Abgenommen! Bist du Beatboxer, oder so? Hallo Ginger, hallo Ginger, wat bin ik? Beatboxer, oder so? Nee, ich bin YouTuber. Ah, wie heißt dein Kanal? Patrick, schreib's mal in den Chat rein hier. Ey, du Hurensohn. Was, du Hurensohn? Hö, richtig wütze. Reload, ja. Du mit deiner Zahnspange da. Fick dich nach. Das ist voll die Mist geworden. Ja, ihr seid richtig, ihr seid richtig krass. Was machst du für Videos? Ey, guck doch auf den Kanal rufen, siehst du. Ey, danke, Mann, danke. Ich bin sehr begeistert, danke. Nö, mach keinen Kanal, dein Kanal scheiße. Also, was kauft ihr mal ne neue Kamera, die so viel'n Arsch hat. Digga, du könntest eigentlich ne Stroh reinnehmen und den zwischen deine Zahnlücke reinstecken, weißt du? Schöne Zahnlücke. Hm, danke. Hm, danke. Ich bin dick und klein. Hm, danke. Und heute wird's McDonald's gehen nachher, ja? Oder mit Burger King. Das ist ja garantiert so'n Coupon auf Lebenszeit, Alter, bei Burger King. Oh, okay, hier, guck mal, meine Zeit an. Ich hab noch ganz viel, 9,999, gehackt, Jusuf, Fotze. Ja, das ist richtig krass, Alter. Bist du denn 10 oder so? Alter, kann's doch nicht sein. Du bist ein richtiger Standgebläse, so 1,20 Meter groß ungefähr. Das ist ja richtig Multikulti da. Ihr habt da einen Deutschen, ihr habt da einen Türken und ihr habt da, was ist da hinten? Inder oder sowas? Deutscher Türke und Inder oder was ist da? Ist da ein Inder, oder? Ja, ne Witz, Digga, wo kommst du her? Wo kommst du her da hinten? Was? Wo kommst du her? Sri Lanka. Sri Lanka, okay. Da war doch die Überschwemmung gewesen, oder? Die Überschwemmung? Ja. Deswegen bist du auch nach Deutschland gekommen, garantiert, ne? Nach Deutschland. Grüß dich. Digga, Alter. Oh, breit gebaut, braun gebrannt, 195.000 Kilo Handelbank. Ne, das ist doch peinlich, Alter. Oh mein Gott. Was soll man dazu noch sagen? Ja, die sind, weiss nicht, die sind 10 Jahre, Alter. Hier, Pinselkopf vom feinsten Babo-T-Shirt. Ey, da fällt mir nichts mehr zu ein. Das ist die deutsche Jugend, Alter. Kriege ich einen Rappelwink, den See. Baby. Ne, Alter, ohne Witz. Can you hear me now? Are you tuned in? Zoomin' in this room. Assume I got new plans. Soon as I can move, I blew the spot. Boom, bam, boom. Doc Dweller is a new, improved man. Two hands grippin' this mic. I watch loose limbs. New trends, new likes, and Insta view grams. Who I am doesn't matter when I put it in the pattern of these rhymes that I rattle every 52 stamps. Now, give me the Aufleung. Verweigetee. 从 T6をも f tutte jahresになる. Der meere ich investiere und d túale Stammerlau.